Heute werde ich nur ein bisschen moderieren und ein paar Tipps geben zur Veranstaltung. Wir haben vier Redner. Auf eins freue ich mich besonders. Das ist Herr Kumbaski von der FDP aus Schriftlich-Holstein. Die hat es nämlich geschafft, nach Niedersachsen, das zweite Bundesland, in Deutschland zu sein. In diesem Spahn, Hundegesetz, hat das ja gerade nicht mehr oder abgeschafft. Die Hundegesetz haben ruhig, die schon lange auch dagegen ankämpft. Wir haben noch ganz viele Veranstalter hier. Wir haben noch in der Rettungsstaffel, haben wir noch jemanden da mit den Kandall. Die wollen uns auch unterstützen. Dann haben wir noch die, äh, Stef, bitte? Sockerfreunde, ich habe mir Notizen gemacht und jetzt habe ich dich mal. Ich hole die mal raus, weil das wäre ja echt peinlich, wenn ich die Namen falsch aussage. So, also als erstes vielen Dank an alle, die da sind und an alle, die das organisiert haben. Also, bitte zeigt euch, ihr wisst, dass viele Arbeit dahinter steckt. Das sind einmal Ralf Hegmann. Wo ist er denn? Ralf, zeig dich doch. Ralf, zeig dich doch. Er macht Wasser, ja, so. Okay, das muss auch wichtig sein. Und vielen Dank an die Fotografin, die ist hinten. Susan, zeig dich mal bitte. Die Fotografin, die heute ehrenamtlich Fotos machen wird. Am liebsten natürlich gegen Spende, weil das muss alles finanziert werden. Und wer möchte ein Fokus...